Applaus Frau Klasse 1, der dritte Platz geht mit drei Transparenzpunkten an die Stadt Nummer 16, für die Bürgerabschlüsse Dortmund, Elke Hall. Applaus Zweiter Platz und somit deutsche Vizemeisterin mit 22 Punkten, Piagga Meuthi, Sankt Nummer 13, aus Bayern. Applaus Und somit deutsche Vizemeisterin mit 14 Punkten, Sankt Nummer 15, Elke Hall, aus Bayern. Applaus Applaus Danke schön, noch ein Foto rund, liebe beiden, das geht nach Sammlung mit Eure besten Wortmeldungen. Applaus 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 Applaus